Mein Vater war Buchhalter. Er war bereits fortgeschrittenen Alters, als er meine Mutter heiratete. Er hatte drei Töchter. Amel war 19, Lucie 18 und ich 16 Jahre alt. Du sollst dein Nonnen-Gelübde ablegen. Ich sollte im April fortfornieren. Die Mitgift deiner Schwestern hat deine Eltern fast ruiniert. Aber was unterscheidet mich denn von meinen Schwestern? Deine Geburt ist meine einzige Sünde. Hilf mir dafür zu büßen. Und es gibt keinen Ausweg, als mich einzusperren im Kloster? Dorthin ruft uns allein der Allmächtige. Und es ist gefährlich, der Stimme des Herrn ins Wort zu fallen. Marie-Suzanne Simonin, gelobst du vor Gott, ein Leben in Keuschheit, Armut und Gehorsam zu führen? Nein, Vater. Ich gelobe nicht. Ich habe vor Gott geschworen, die Wahrheit zu sagen. Deine Argumente stellen Gott an eine Stelle an, die er nicht gehört. Und du nimmst den Mund dabei recht voll. Wer ist das? Schwester Christine, die neue Mutter Oberin. Ich kannte deine Oberin. Sie war bei mir Schülerin in Port Royale. Sie war unbeliebt bei allen Mädchen. Was ist das? Schwester Christine führt die Buße hinten wieder ein. Sie müssen bei Tag und bei Nacht getragen werden. Und ich werde das streng überprüfen lassen. Entkleidet sie. Steck das ein. Kannst du aus einem Advokaten zukommen lassen mit meiner Bitte um Antwort? Ich höre, du willst uns verlassen, Schwester Susan. Du würdest ohne Reue die Leie ablegen? Und dieses Gewand, das dich an unseren Herrn Jesus Christus bindet? Ich will ihr raus! Ich will ihr raus! Meine Schwestern, ich fordere euch auf Gott, um Vergebung anzuflehen. Für die, die sich von ihm abgewandt hat. Ich werde behandelt, als ob mir die Schwester nach dem Leben trachtet. Ich werde behandelt, als ob mir die Schwester nach dem Leben trachtet.